Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute GTA 5 am PC. Hier in die Ecke. Ich glaube das ist besser. Da kann auch keiner von der Seite kommen. Das ist wesentlich besser. Diese scheiß Palme da ist im Weg, aber sonst geht's. So müsste es gut gehen. Haben wir Granaten oder sowas? Ne. Der hat auch fast keine Waffen. Dem sollte ich mal ein bisschen schocken gehen. Ein bisschen Waffen schocken. Der Trevor der hat wesentlich mehr Waffen, ne. So, zwölf Sekunden noch Leute. Schnarch, schnarch, wad, wad, schnarch, schnarch, wad, wad. Das ist was Scheiße dieser Karotau. So, jetzt schnappen wir uns diese Pissnelke. Ich glaub das ist eh der. Ey, so ein Bullshit Leute. Das glaubt ihr nicht. Das ist doch Bullshit. Einfach nur Bullshit. Leute, manchmal ist es deprimierend. Das hat nichts mit Skill zu tun, wenn die KI mich einmal in Kopf trifft. Schießt einfach. Schießt einen Schuss zu mir. Bam, Heady. Ich hab kein Leben verloren, gar nichts. Bam, Heady. Das ist eine Verarsche. Das ist einfach nur Verarsche. Ja, ich weiß, ich könnte in Deckung gehen auch, aber ey, man geht nicht in Deckung, wenn man gerade schießt, oder? So, hier hab ich eine gute Pose. Du, die Verarsche ist ja was. Geh mal ein bisschen weiter zurück, dann können die mich schlechter treffen. So, ich werd dann doch wieder die nehmen hier. Die waren nicht so schlecht, die Kackwaffe hier, ja. Geh mal echt am Arsch langsam. Vor allem, dass man hier mal warten muss, ey. Wieso muss ich da zwei Minuten warten, bis der Pisser auscheckt? Das ist doch ein Witz. Da wirst ja halt, man. Ja, ja. Komm, gib Gas, Jungs. Bla, 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 bla. So, jetzt komm raus, du Scheiße. Ich hab ihn hier jedes Mal nur getroffen. Das ist der im roten Anzug, glaube ich, der Arsch. Wird hier jetzt ein bisschen Deckung gehen, das ist vielleicht eine Idee. Hoffentlich schießt er da jetzt durch, ey. Na komm schon, zehn Sekunden noch. Bisschen eine Nerv-Mission, Leute. Also, ey, jedes Mal kriegst du einen Headshot. Das kann nicht einer Ernst sein, weil... So. Na, jetzt gehen wir ein bisschen in Deckung hier. So, wo sind die? Ey, da ist einer irgendwo. Kommen die Pisser hier rauf. Da ist noch wo einer. So, ich würde sagen, wir haben alle. Allerdings, die... Die Pullen hier muss man nur loswerden. Ich werde jetzt hier abbauen. Hinten rum. Ich glaube, wir haben es geschafft. Aber wir haben halt drei Sterne. Das ist jetzt nicht so günstig. Heli ist auch schon da. Ich hau hier nach hinten ab. Über den Tennisplatz. Das sollte so halbwegs funktionieren. Oh, der Heli hat mich im Visier. Wo ist er, der Heli? Ah, die Mitglieder triffst nichts mit der Waffe. So, den Heli holen wir runter. Ah, wir müssen hier weg. So, nehmen wir die Karre hier. Ich habe nichts anderes gerade. Wir müssen hier weg. Dann können wir schön entkommen. Wir haben drei Sterne. So, nach links da. Versuch mal da rauf. Das wird zwar nicht funkt. Doch, das funktioniert. So, hier sind wir mal keine Bullen. Den Rest werden wir mal zu Fuß machen. Hallo. Keine Angst, ich tue ich nichts. Ich bin nur auf der Flug. Nein, jetzt bin ich auch angefressen auf den. Hallo. Nimm die Waffe, du. Der. Jetzt bin ich auch angefressen auf den. Hallo. Nimm die Waffe, du. Dann hast du ihn, du. Töcher. Dann gehst du ihn. Wir gehen wieder. Dauh, du. Dauh, du. Dauh, du. Dauh, du. vorher war ein rotes auto da jetzt ein blaues ist auch jedes mal anders leute das nervt ehrlich das nervt aber ich bin jetzt schon etwas angefressen leute also das geht mal ehrlich am sack jetzt aber so richtig am sack so einfach nur scheiße wenn du immer wieder dieselbe mission machen kannst da irgendwas schief geht ich stelle mich hier jetzt hin wie wird es ein bisschen besser hoffentlich funktionieren kann man auch in deckung gehen ja man ziele ein bisschen weil da rauskommt kriegt eine breitseite der peter ich werde gar nicht mal lange warten komm raus na komm sie war drei so mehr stünden so irgendwo sind nur zwei ach man der steht so beschissen dass du nicht triffst so jetzt haben aber alle leute einer noch der da so abwärts abwärts ich nehme jetzt seine karre zu dem bull nämlich leicht pisst hier die polizei auto hier sind haufen bullen ich muss von der hauptstraße runter aber das ist nicht so leicht jetzt haben sie mit dem reifen wieder zusammengeschossen so kann man so wird es nichts das sehe ich schon okay dann nicht mehr eben alle bullen so sieht es aus jungen so Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, let's play. Tschüss.